Speichert lieber, für den schlimmsten Fall Gespeichert Ey, die Kiste nicht aufmachen Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, ich hab nur reingeguckt, ich hab noch nichts genommen Ja, wir können ja unsere Helden eigentlich dorthin stellen und dann auf halten gehen Wie, Rost, wie viel brauchst du noch zum nächsten Level? Warte, ich guck mal, nicht mehr viel, noch ein, keine Ahnung, ein Zehntel Level vielleicht noch, wenn nicht weniger Naja, ich brauch nur noch ca. ein Viertel, also Naja, ich bin jetzt schon bei 20 1,5 Also bis ich Stufe 21 bin, das werden wir nicht warten Das wäre nur wichtig, dass ich halt schon mal Stufe 20 bin Naja, für die nächste, wäre Stufe 21 ganz gut, da ist Voraussetzung, Anforderungen Ja, sorry, sorry, bin wieder oben, stopp, alles ok Noch ein Feuermeister Ich mach mal die andere Kiste auf Oh Ruhen für Menschen, Arbeiterruhen für Stufe 13 mit 21 Braucht man allerdings dafür Habe ich schon dran Ja Also für die nächste Aufnahme werde ich dann mich auf Stufe 21 machen Cross würde ich dir auch empfehlen Ja Weil ich glaube kaum, dass wir in der nächsten Aufnahme nur die nächste RPG Map machen Ja, das stimmt, das glaube ich auch nicht Okay, dann mach ich mich für nichts auf 23 einfach, weil ich den Klingbeber spielen will Weil das nächste ist wieder eine RPG Map Jo Ich glaube, da ist sogar ein relativ harter Gegner einer Ja, ein Level 30er Hey, wie wär's denn, ich weiß nicht inwieweit ihr jetzt noch Lust dazu habt Wie wär's denn, wenn wir jetzt hier an dieser Aufnahme noch eine Shopping Tour anhängen Von mir aus, ich werd nicht mit einkaufen, ich werd eher verkaufen, aber gerne Jo Können wir ruhig machen Jeder zu dritt auf dem Markt oder jeder einzeln? Zu dritt, würd ich sagen Können wir auf dem Markt gehen Huh Ich bin gleich wieder da, in der Hoffnung, dass Cross dann mal ab ist Jo Ja Wär aber schon schön, wenn du die Aufnahmen jetzt nicht beide gleich nennst, sondern vielleicht die erste mit der ersten Vielleicht auch was wie Irgendwas wie Gegen den Sturm aus Stahl oder sowas Hm, ja Und hier Und hier Na Hm Ob man es Feuerhöhlen nennen kann, weiß ich nicht, weil wir wohnen ja auch nicht wirklich gerostet, aber Ja, vielleicht Nee, oder Hm Vielleicht irgendwie, dass man das gedacht hat, dass das eine Feuerhöhle wird, aber keine gewonnen, z.B. Vielleicht Also, Cross, wie lang noch? Ist noch ein Stück Oh Gott Hm, du kannst ja einfach jetzt Offscreen mal machen, um dir ein bisschen Platz zu sparen Nee, aber es ist ja nur noch dieses kleine Stück und ich wollte das eigentlich noch vor der Shopping-Tour machen Hm, hm, hm Aber ein Dämonen können wir doch eigentlich demolieren, oder? Nee, dann spawnen die langsamer Hm, vielleicht trauen sie sich die Dämonen nicht zu spawnen Oha Oh, gleich Oh, gleich drei Hm, hm, hm Nett Vier Vier Das ist nett Jetzt wollen sie uns loswerden Jo, schaut so aus Oder mir mit einem Schlag Aber ich glaub dazu reicht's dann noch nicht ganz Die geben zwar ganz ordentlich Erfahrung, aber Oh, wer hat denn meinen Priester so nett geheilt? Echt? Nee, hat noch nicht gereicht, leider Das Priester-Tier Deiner ist weich, das Hm Wollen wir so ein bisschen auf Let's settle Style mal machen und mit unseren Charakteren mal so ein bisschen rpg-mäßig rum sprechen? Nee Wäre doch mal ne Idee Hm Könnt ihr machen, aber das ist nichts für mich Nichts Äh Okay, Cross, wenn du's machen willst, dann fang an Warte mal, man kann durch die Dämonentore durchlatschen, wie geil ist das denn? Ja, kann man Das löst Ich weiß, das ist cool Okay, Cross, wenn du Bisschen rpg Nee, jetzt Jetzt grad Nicht Ich warte, dass ich nicht mal das Level Warte ich hab, komm, es ist nur noch Ein winziges Stück, es ist noch ein zwanzigstel oder so So Ah, da kommt er was Hm, hm Ein Feuerspucker Ja, der Zauber einfrieren oder Eisschlag ist schon lustig, zum Beispiel wenn man Wenn man irgendwie eingefroren wird oder den Gegner einfriert, irgendwie in einer lustigen Pose, irgendwie Hm, ja Ja Vielleicht wenn der nächste, was ist jetzt Vielleicht wenn der Bestimmt wieder auf dem Desktop Hä? Oh oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut Feuerelementar K Ja Der Vogel hat das Feuerelementar besprochen Ich Warum? Keine Ahnung Langeweile oder was? Ja Oh, das war eben ne komische Pose, wo ich ihn eingefroren hab Hast du es jetzt mit dem Level? Ne Ah Das wird, ich denke mal, diese Folge wird ein bisschen langweilig werden, wenn wir noch weiter warten müssen Weil Bestimmt haben wir denn in einer Folge Wie wär's denn, wenn wir... Ich weiß was, wie wär's denn, wenn wir hier kurzen Cut reinmachen und wir sehen uns dann wieder, wenn ich Stufe 20 bin Ja Ja, hab ich das nicht schon vorhin ein bisschen vorgeschlagen, Offscreen Ja, so ungefähr, ja Okay, dann, machen Cut Jo, bis gleich Weg mit den Drick Ja, endlich, du für Da hab ich sogar richtig geraten Da hab ich sogar richtig geraten Ja, das stimmt Der Magier weiß, zack, zack, zack Da hat es ja trotzdem gestimmt mit Durchs Portal Äh, du musst Aufnahmen wieder anschalten Hab ich, hab ich, hab ich Aufnahmen ist schon wieder an, hallo, hallo an alle, die beide Aufnahmen zuschauen Ich geh mal durchs Portal Warte, warte noch kurz, ich will noch kurz erhöhen Okay, okay, chill, chill Ich speichere noch So, ich wär bereit, dass du durchgehen kannst Ich muss noch auf Cross warten Gut Mit seinem, äh, mit seinem, äh, Urias-Gesicht Urias-Gesicht Mh, ne Ja, ne, Phinoxi musst du erst durch Jo, Phinoxi geht durch So, jetzt wieder Verfälschungen Jut, Host hat die Verbindung beendet Dam, dam, dam Ähm, warum hast du wieder so wenig Effizienz? Keine Ahnung, vielleicht weil meine Helden einmal vollständig gestorben sind? So, hier, guck, ich hab erstellte Einheiten 11 und ihr habt erstellte Einheiten 6 Mh, 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 mh Ich, ich hab wieder so am meisten besiegt Liegt das wirklich an meinen Wellen, oder? Ja, ich glaub schon, teilweise Ja, aber, macht ihr nicht eher die Gnadenstöße? Weiß ich, ne Ich hab wieder am wenigsten Gebäude kaputt gemacht So, ich, ich erschaff jetzt auch mal noch ein Spiel Und zwar, wir gehen auf den Marktplatz Mhm, das tun wir Eine Marktplatz-Boom-Runde Ich stelle auch auf extra auf hohe Gegnerzahl Oha, gefährlich Mhm Pass auf, Cross, du lebst gefährlich Ohja Menschen 3 Mh Lass mal betreten Menschen 3 Geh ich Ne, Moment, ich geh Doch 2 ist okay Gut Bereit? Spiel schließen Finoxi, wieso gehst du zu Menschen 3? Garum Ich bin bei Menschen 3, ich hatte es vorher Kannst du nicht starten? Ne So, jetzt gehen wir auf den Marktplatz Damit ich mich neu ausrüsten kann Also ich empfehle dir Also ich kann dir einen Windpfahl empfehlen Wenn du irgendwie noch ein bisschen Resistenz haben willst Und Shan macht es auch nicht schlecht Also wenn du bereit bist, eine Seelenachse wegzugeben Ja Ähm Ähm, Astel, du hast doch auch noch hier das eine Was ich auch von dir haben wollte, oder? Äh, was? Das Schwert, das eine Ach, du Heiliger Aber das kann ich ja leider noch nicht tragen Meinst du die dunkle Sichel? Nein Oder mein Das, ähm, das, äh, ähm, Knochenschwert des Berserkers Warte mal Oder hatte das dein, ach nein, das hatte doch dein anderer Held, oder? Ja, aber ich find's hier nicht Ja, dann wird, dann hat das dein anderer Held Ich hab nur den Knochenstab der Ahnen Hm Nein, ich hab den Knochenpanzer noch So Dann verkaufen wir mal Oh ja Bop, 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 bop Heilige Scheiße Oh, Rubin, der bringt auch 201 Gold Scheiße Okay Bei mir bringt er 209 So, ich hab jetzt hier 624 Gold Nice Nice Cross, frag mich bitte mal nach meinem Gold Wie viel Gold hast du? Ähm, du hast bestimmt 3000 Wurzel Ja, mein, mein Hauptfeld, also mein Richard Löwmetzer hat auch, glaub ich, an die 3000 Dann hab ich noch 9000 Silber und 30.000 Kupfer Ja, 30.000 Kupfer hab ich auch Ich hoffe, das wird jetzt nicht hier wieder so eine Aufnahme in mega Überlänge Nee, ich versuche, dass es nicht ganz so wird So Oh, draußen, wenn ihr das hört, draußen bei mir gewittert ist Oh, ist das schon bei euch angekommen? Okay, bei mir ist es, bei mir ist es, bei mir ist es, bei mir ist es, bei mir ist es noch alles ganz normal Flammenklinge schmiert Konstantin hat alles grau bei uns Ja, bei mir ist es Wetter am... Ja, hier ist die dunkle Sichtlich, ich sehe sie hier gerade Windfall, hier ist es, ja, Resistenz-Eismagie Oh, ja Wie viel, 10 oder 20? 15 15 Nicht schlecht Ewige Flamme Auch nicht schlecht, aber das hätte ich sogar letztes Mal schon haben können Nett Siehst du gerade das Schwert Blutfeuer? Blutfeuer? Ja, sehe ich Resistenz auszubrennen Ja, ja, aber das ist an sich schon mal... Ey, ich hab nie, wirklich nie, ähm, verstanden, was Resistenz ausbrennen und einfrieren bringt Macht es das die, dass da die, macht es das Feuer und Eis öfter durchkommt, oder was? Ja Ja, ich persönlich finde es jetzt nicht so nutzvoll Bei Resistenz ausbrennen ist Eis stärker und bei Resistenz einfrieren, ähm... Ist Feuer stärker Okay, gut Ich schau mal, guck mal, also hier Windfall könnte ich mir jetzt kaufen Ich guck mal, was es hier bei Echsen zum Beispiel noch gibt Naja, ich bleib... Ich kaufe mir nichts Neues Es gibt nichts Gutes, was ich brauchen könnte gerade Deswegen verlasse ich die Karte hier am besten Ja, aber Cross, guck dir doch mal am besten vielleicht mein Gesicht an Wo bist du? Wo stehst du? Ich renne direkt vor dir rum irgendwo Irgendwo rennst direkt, ja, ja Wo seid ihr? Seid ihr im Norden? Ja, ich weiß, du hast dasselbe Gesicht wie ich auch Wo seid ihr? Äh, ich gehe gerade Richtung Portal Jo, tut er So So, ich guck mal, was ich auch für eine neue Rüstung nehmen kann Äh, zeigt mal, wo ihr seid Ich finde euch gerade nicht Ja, auf dem Weg zum Portal halt Ich bin fertig, ich gehe Oh Oh ja, das ist geil Okay, was kann ich denn jetzt hier noch... Oh, leck Oh, sehr, sorry, ich bin rausgegangen, deswegen Ja Es wäre jetzt blöd gewesen, wenn du der Host gewesen wärst Ja Ich weiß, deswegen... Ich habe auch darauf geachtet, dass Cross ist, deswegen Oh, Panzer des ehrenden Falken kann ich anlegen Ich hast... Ich weiß nicht, hast du... Die Beinlinge müsstest du auch haben Aber hast du auch den Helm? Wenn ja, dann ist es ein richtig gutes Set Oh ja, das glaube ich auch Die Beinlinge müsstest du auch haben, aber... Ja, habe ich auch Beinplatte des ehrenden Falken? Nee, also ich habe dann nur die grüne Maske, aber den Helm habe ich nicht Nee, den Helm habe ich auch nicht Vinoxi, hättest du vielleicht den Helm gehabt? Hm Ich habe eine Hose und Brustplatte Schade Hm... Ja, Hose und Brustplatte habe ich auch und ich glaube, die werde ich jetzt auch anlegen Weil... Oh, Cross, du bist ja hier in der Mitte Ja... Das ist nämlich schon ziemlich cool Außer ich finde natürlich noch was Besseres Gehen wir erstmal bei Äxte So, was gibt es hier noch so für schöne Äxte? Feuerstahlaxte, dann... Zwergenachs der Ältesten... Aste Ja... So, was haben wir denn noch so schönes... Nee, Äxte findet sich jetzt nichts besonderes, was mein Interesse erregt...